Dem japanischen Ausnahmespieler Shohei Otani ist in der Major League Baseball MLB für Los Angeles Angels sein erster Home Run geglückt. Es fühlt sich richtig, richtig gut an, sagte der 23-Jährige nach dem 13 zu 2 Triumph bei seinem Heimdebüt gegen Cleveland Indians am Dienstag. Mit seinem Schlag verhalf er zugleich zwei Mitspielern zu einem Punkt, später gelangen ihm noch zwei weitere Treffer-Hits. Nicht nur seine Mitspieler, auch Schlagtrainer und das ganze Betreuer-Team würden ihm dabei helfen, sich wohl zu fühlen, sagte Otani noch auf dem Spielfeld, mein Erfolg ist auch ihm zuzusprechen. Bereits am Sonntag hatte er ein gelungenes Debüt als Werfer in der MLB gefeiert und seinem Team mit sechs gepitchten Innings zum 7 zu 4 Sieg bei den Oakland Athletics verholfen. Der Japaner hatte zu der am Donnerstag gestarteten Saison bei den Angels unterschrieben, obwohl sich auch Team der Los Angeles Dodgers, der New York Yankees und der San Francisco Giants um ihn bemüht hatten. Otani wird mit dem deutschstämmigen George Herman, Babe Ruth, dem bedeutendsten Spieler der Baseballgeschichte, verglichen, da er als Werfer, Pitcher und Schlagmann eingesetzt werden kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017